ich glaube ich hab's also halten wir mal fest der genau was ich meine ja also erst mal müssen wir alles vorbereiten ja oh mein gott wie soll das denn gehen ich habe keinen plan also einer muss den das eigentlich ganz einfach nur einer muss den jetzt hier da ablegen wir müssen an beider rennen weil wir gehen eine nach dem anderen hoch okay okay dann würde ich sagen platzieren würfel dann laufen wir ja drücken 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 ja ich habe ja natürlich ist ja ich glaube es hat funktioniert wir haben jetzt hier orange kürze und darum habe ich schon blau gesehen also ist man gleich wahrscheinlich rüber springen also man hat gleiche bilder ich ja ich sehe mich ich sehe mich irgendwo anders irgendwie in so ein portal einlaufen du bist einem hintergrund unterfallen das reden wo ich nämlich gerade dreimal ich sehe mich da und da vergleichen zeige gehen wir jetzt mal hier lang war für eine verarbeitet jetzt hier weil wir wenn die hier nämlich glaube ich denn hier kann man schon mal springen oder link geschütze blaue grütze hier warte hier muss ja oder hier einfach mal überall ja ich schaden a sieh dir das an aber da sind ein paar geschütze ja du kannst ja nicht immer weil ein ding getorn kaputt und der schalter aktiviert da oben so ein ding ja warte mal platzieren und den roten portale macht man dort wo der wind ist ich glaube nicht dass die geschütze mich angreifen ich glaube die sehen mich nicht ich glaube die sehen ich total aber okay ja okay sie haben mich gesehen ich glaube sie haben ja kann passieren wo kann man denn da ich mal ja auch mal wir hatten wir hatten erst hier volle spiele jetzt haben wir direkt nächste schwere jetzt wie bist du gestorben spreng funktioniert auch nicht in den wänden zu springen funktioniert auch nicht ok ja genau das meine ich dann funktioniert nicht wenn man irgendwie dahin wenn auf den schalter drückt dann geht da so ein ding noch warte mal kannst du mal diesen wind irgendwie da aktivieren kannst du mal den wind hierhin packen wohin hier in warte so nein hier meine ich damit er darüber geht ja jetzt bis der winter auskommen aus dem dunklen blauen ja jetzt gehen wir auf den schalter drauf so aber weiter habe ich nicht gedacht gar nichts ja habe ich auch gerade moment geht doch gar nicht irgendwas schützt werden werde ich doch gleich gleich abschießen ja aber irgendwie wie macht man das denn irgendwas fehlt ja noch das gefühl ja was wollten so ein schalter damit der irgendwie okay das öffnet das hier nein nein da wirst du sowas von sterben ja genauso 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 wie du auch nichts zeige gehen ok wer soll jetzt geschafft ich bin einfach schnell gelaufen also man kommt darüber nur man muss halt schnell sein und zwar wirklich schnell sein warte ich mache es noch mal hier pass auf also aufgepasst ich versuche die ganze zeit irgendwie diese grütze in den wind rein zu packen daumen ist auch eins ja kannst du irgendwie näher ich kann da wind erzeugen oder so da kann ich nicht da ich hinkommen kannst du damit irgendwie weit anfangen ich bin gestorben ok gut ich bin K ich bin ich bin ich bin ich bin es ist auf jeden fall möglich darüber zu zu springen das ist möglich ist halt extrem gefährlich aber nur sehr tief springen ich bin auf einer anderen seite ich spreche die ganze zeit okay vielleicht muss man doch so lange springen ja ich war schon auf der anderen seite aber ja aber ich konnte nicht aufhören zu sprengen da schleichen so jetzt bin ich auf der anderen seite so da kann man aber schon machen ja ich versuche mal irgendwie den wind zu erzeugen ja jetzt gehen wir auf den schalter genau aber genau 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 ich glaube ich meine dass ich es habe ich gehe es auf den schalter darauf vielleicht kannst du ja irgendwie dann versuchen teile darum zu pusten um zu pusten oder oder zumindest darüber zu schweben ja ich kann darüber schweben bei einem ball an dem ich da habe ich würde ja da oben muss ich dann das ding aber die ball habe ich bis dahin doch schon ab oder ich weiß nicht ob sie dich sehen ja sie haben nicht gesehen ich glaube ich habe da was anderes gesehen machen wir das noch mal so bitte ja da geh du darüber ich war auf der anderen seite von denen und ich schütze sind da waren auch irgendwie so ein ort wo du ein portal platzieren kannst ich bin mir nicht sicher da oben irgendwo hast gesehen ich habe es gesehen das hast du noch mal drücken ja naja kannst du nicht platzieren na geht nicht naja sollten wir schon so ein bisschen richtig was wir machen wenn man es irgendwie schafft an die drohnen ranzukommen damit man die die sich greifen kann dann sind die auch nicht so gefährlich warte ich lass mich teilhaben an deiner idee wieso ich kann sich tun ja ich guck mal du hast die erste drohne erwischt das war echt so machen ich glaube wir wollen ein bisschen grütze mit war durchdüsen können kannst du da mal kurz ich muss mal kurz was gucken und zwar jetzt überhaupt das andere portal eingesetzt welches das ist so dass du da hoch gesprungen bist naja ich habe das eingebaut möchte oben rausgekommen das ist so verstehe das reicht nicht ich glaube ich hatte der offizielle weg ist ich meine wie lange überlegen wir jetzt da hat das schon dran wo bist du jetzt die sterben ja nicht dadurch ich kann die greifen aber da war es auch schon wir sind bei 46 minuten wir sind jetzt durch bis weit durch haben ja ich glaube ich hatte offizielle weg ist da viel zu sehr 2 na also auch wenn das die ganze zeit glaube ich glaube ich habe der richtige weg ist aber was dann warte mal obwohl drück mal hier platzieren ja wo die grütze ist und der zweite hier so ein knopf immer wenn man da hiermit auch machen müssen ja genau macht dann noch mal okay jetzt ist er da drüben auf der auf der plattform bringt uns hat eigentlich relativ wenig müssen wir vielleicht vielleicht irgendwie versuchen den wind dahin zu bringen und auch die grütze dahin zu bringen wenn wir nehmen nämlich die drohenden damit trefft ich glaube ja außer betrieb ja die frage ist wie machen wir das hast du gott irgendwas hier ich muss glaube ich den winter passieren nein der wind ist dort ja und hier so immer darüber platzieren wir dahin und dann da oben ja aber wie kriegt das jetzt hier rüber warte weil du genau da ich musste ich muss jetzt irgendwie versuchen darüber zu kriegen wenn ich jetzt nur wüsste wie ich muss eigentlich genau gleich mal was ich gerade gemacht habe okay die plattform bleibt noch blau gut okay oh gott wie habe ich das nochmal gemacht oh gott hier so dann muss ich das ob ich habe ich dann wenn alles durch ist dann muss ich nämlich wieder zurückgehen denn damit die portale verschwinden und die grütze dann darauf fällt dann haben wir haben nochmal gemacht wir brauchen erstmal den wind ja ja aber ich muss ja auch irgendwie rein kriegen warte ich weiß was aber ich habe das auch gemacht ja passiert mal den wind ein genau man den wind hier ich weiß es glaube ich habe eine idee dann mach mal also erstmal müssen wir den wind platzieren platzierst du schon mal dort und dort jetzt bist du durch die durch ja dann machst du die portale dahin ein paar sind darüber eigentlich wüsstest du nämlich ja okay ich sehe ich sehe weil es jetzt wie wie es meine ja ja ich platziere den wind ich platziere den wind bleibe auf dem schalter stehen aktiviert den schalter sorgt dafür für dass die grütze rüber geht geht dadurch platziert weiter die beiden portalen und wenn die dann darüber sind gehst du einfach wieder zurück eine sekunde einfach darüber okay ja okay bereit ja das muss jetzt funktionieren rück auf den knopf hinter dir los geht das ist ja okay gehen gehen sie durch dann regt man hat einfach auf die runter ja ja ich bin so gut ich bin so klug ich bin so klug jetzt noch irgendwie darüber kommen naja du musst jetzt seine ich habe gesehen auf einer seite ist ein schalter ja und das sorgt für ein portal eine gute frage wir haben jetzt das drohen problem gelöst schalter schalter macht da oben was ja das öffnet hier oben dass er musste da wahrscheinlich ein platzieren da platzieren wo wo der dings reingeht oder aber da komme ich ja nicht darüber oder verdammt warte ich kann da wo müssen wir überhaupt hier hin müssen wir überhaupt machen kommen erst mal rüber ich habe doch keinen plan gehen wir durch mein dunkelblaues portal was ich dahin gesetzt habe also wir müssen hier auf jeden fall wahrscheinlich hoch komm mal hier lass doch mal da bringt dann irgendwas da müssen wir hin da müssen wir hin ja da wo der findet jetzt hin geht aber wie kommen wir daran hat funktioniert hat nein soweit entfernt dass ihr du mal deine portale wo ich die ab wo ich meine ab und da weil wir da nicht funktionieren oder doch ja es geht runter jetzt muss ich da wo du deine aber die du musst ja auch jetzt aber warte jetzt ein klopf ok wir haben es was wir mit in der mitte ist jetzt blaues zeug jetzt können wir darüber springen glaube ich aber das riesige tür oder sind plattformen ok warte ich komme zurück ich glaube wir haben es oh mein gott jetzt wissen wir darüber ne ok ich zuerst da stimmt was nicht die tür sollte sich öffnen die wald 101 gehört die kamera zum schloss ich hänge fest nicht aufgeben ok aber sagen wir irgendwann machen ich habe gewonnen das meinte sie mit macht es keine ahnung was das sollte wo 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 wald von fallout sesam öffne dich dort ist das hell die geheimnisse der welt sind hier versteckt ja alle geheimnisse der welt und sie werden jetzt uns gehören geschafft ihr habt es geschafft das testen hat sich gelohnt menschen diese subjekte man kriegt ja war so an das viele tests die wissenschaft dankt euch wir haben es drauf genug gefeiert es gibt noch mehr arbeit was nun zur wissenschaft ok jetzt noch weiter ich habe keinen plan ich denke mal ja also es ist ein komisches ende gewesen ja ich habe eigentlich doch mit einem boss kampf gerechnet boss kampfen dagegen ging klar aus vielleicht im einzelnen spieler oder vielleicht aber hey wir haben es geschafft wir haben portals durchgespielt wir haben bewiesen dass wir intelligente leute sind genau auch wenn einige gerät seit echt schwierig waren dein fazit wie was hält so von portal doch ich wollte mal lustig ja hätte auch gerne ein bisschen hätte ich auch gerne noch ein bisschen länger gespielt wie viele parts waren jetzt 12 ich glaube 12 oder 13 also weil eine halbe stunde also waren hat vier stunden 56 irgendwie so weit 56 7 ich sag mal so 77 spielstunden hatten wir könnten wir auf jeden Fall beweisen dass wir intelligente menschen sind wir haben die wissenschaft wir haben die wissenschaft in uns erweckt ja klar ist einfach nervt an der menschheit ja ich weiß ja nicht wie ob du es machen wirst vielleicht wirst du es ja noch 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 als einzelspieler let's play machen vielleicht wollte ich weil ein stehe steht ja fest fest ich denke beim einzel spieler werden wenn wir nicht dieselben rätsel haben wie hier glaube ich nicht ja du musst ja alleine alles machen ja hier müssen wir zusammen arbeiten und wir haben ja bewiesen gewesen dass wir erstens zusammenarbeiten können und zweitens teamfähig sind und wir könnten denken jetzt ja wir können denken wir ist klug wir können im portal denken ich habe erst gedacht irgendwie hat konzept vom portal würde ich irgendwie nicht begreifen oder so dass das man hat einfach durch durch das eine reihe geben nur durch das andere rauskommt ja was ist da das ist daran nicht zu verstehen weil ich es ist also wie so eine art vorhalt oder wieso wie so eine tür portal sind tür also jetzt so ähnlich zu vergleichen ja portal sind einfach nur türen die ja die wird sogar alle türen portal ist portales ready will kommt da gab es autoren im ersten teil ja aber die führten uns nicht in andere dimensionen weißt du doch nicht vielleicht hat jede tür dich in einer anderen dimension eingepackt umsonst waren die animation immer so lange das stimmt die rüber zu man teilweise wirklich lange ich sehe ich merke schon glaube schmiedet wieder welterspläne ich war irgendwie ein gebuchstaben warum ist das als einziges klein geschrieben ich weiß es nicht klar auch dass da das ich finde wie die ganzen namen wir hier alphabetisch geordnet sind vogel pickt an kartoffeln allen mclean klaus und die tors von dem gleichen etwas und t body die body weiß von den gleichen leuten von der gleichen person gesprochen gibt es war überhaupt noch die macher natürlich gibt es noch die haben ja auch steam gemacht ja wir haben alle möglichen sachen damals gemacht ja aber ich weiß nicht ob die wirklich noch was machen ich meine irgendwie sehe ich von dem fall wenig die haben auch left for dead und so gemacht das haben uns verdient wo ist der kuchen es gibt kein kuchen bekommen es gibt kein kuchen wir haben wir haben wir haben es geschafft ich denke dass wir irgendwann mal minus von 85 wissenschaftliche kollaborations punkte minus 85 85 beide anscheinend warum stand da ich weiß es doch ja man wollte sagen ich wollte einfach mal sagen hast du doch irgendwelche abschließenden worte nicht wirklich wenn wir würde ich einfach mal sagen wir werden im laufe des jahres mal mal den challenge korps machen ja es wird dann halt auch auch wer so was einzelnes sein wollte ich habe irgendwie so weit so ähnlich wie dlc oder irgendwie so was würde ich eigentlich hätte ich jetzt eigentlich auch gesagt wissenschaftliche kollaborations punkte habe ich 2.224 stand da gerade stand da gerade minus oder plus plus bei mir steht minus 85 dann hast du hast du was anderes ich kündige tschüss kann man hier versagen es ist nicht mal ein test also das war popp 2 ich hoffe ihr hattet viel spaß also wir hatten es ja es auch nur auch wenn wir echt teilweise richtig denken mussten und dann auch wirklich teilweise richtig schwer war aber wir hatten spaß ja und das ist doch das passiert genau bei ihren zeilen haben sich ein bisschen ausgebreitet ja und wir haben intelligent ist das gewonnen für die wissenschaft ja gut dann bis dann ja bis dann tschau tschau tschüss